Musik Ja, vielen Dank auch. Es ist wunderbar, hier zu sein mit euch. Und das war auch ganz speziell, dass wir uns da so dazugestellt haben. Wir sind in friedlicher Absicht da. Das kommt auch in meinem Lied vor, und zwar eigentlich als Lösungsansatz, dass wir uns vereinen in dem Anliegen, wir wollen alle Frieden, wir wollen alle Freiheit, wir wollen, dass es allen Geschöpfen auf dem ganzen Planeten gut geht. Also das ist der Lösungsansatz. Aber das Problem, von dem wir uns stellen, das ist eben Teile und Herrscher, das ist eine Strategie, die halt einfach läuft, die man überall immer wieder feststellt. Und geschrieben habe ich das Lied, nachdem ich von Freunden gehört habe, die waren voller positiver Tatendrang an einer Demonstration gewesen, Pegida glaube ich, und auch wieder andere Freunde von mir, genauso positiven Tatendrang waren an der Gegendemonstration, bei demselben Anlass. Und wir merkten, auch dort einfach wird es sichtbar, es ist immer, wir müssen immer gut achten, dass wir uns nicht gegeneinander aufhetzen lassen, weil das eben Strategie ist. Gut, ihr seid alle bereit? Dann Teile und Herrscher. Wer hat recht, der oder die da? Liegt Frau Merkel, lügt Pegida? Auf welchem Weg fördern wir Frieden und mit wem? Und wo liegt wirklich das Problem? Ihr dafür und wir dagegen? So werden wir nicht viel bewegen. Wer die Wahl hat, hat die Qual und nicht die Macht, denn nur gemeinsam werden wir stark. Teile und Herrscher ist das Foto, die Devise nur von wem? Teile und Herrscher, wer hat Lust an jeder Krise, wer zerstört mit System? Jede Einheit, jedes Streben, nach dem Frieden, nach dem Guten, nach dem Glück. Was die großen Medien bringen, ist oft gefälscht und vor allen Dingen. So präsentiert, dass es die Menschen aufwetzt, immer mehr und mehr. Und irgendwann bricht Chaos aus. Je mehr das Volk sich nun ereifert, desto mehr muss Vaterstaat mit Gewalt. All diese Lager überwachen und in Schach halten, sonst ist die Wirtschaft in Gefahr. Teile und Herrscher ist das Motto, die Devise nur von wem. Teile und Herrscher, wer hat Lust an jeder Krise, wird zerstört mit System? Jede Einheit, jedes Streben, nach dem Frieden, nach dem Guten, nach dem Glück. Wir lassen uns nicht mehr teilen, wir lassen uns nicht mehr beherrschen, wir lassen uns nicht gegeneinander hetzen, bis man sich nicht mehr versteht. Wir wollen alle Frieden, wir wollen alle Freiheit, wir wollen, dass es allen Geschöpfen auf dem ganzen Planeten gut geht. Will man nicht von dir spalten, wenn ich dir Treue halte, fall nicht auf Argumente rein, ich spür die Tränen im Herzen und sag Nein! Wir wollen alle Frieden, wir wollen alle Freiheit, wir wollen, dass es allen Geschöpfen auf dem ganzen Planeten gut geht. Gut geht, gut geht. Das stimmt, das stimmt. Vielen Dank.